Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es schon an meinem Helm. Heute wird gestrampelt, aber nicht wie ihr es von mir kennt, mit Muskelkraft, sondern mit elektronischer Kraft. Hier seht ihr mein neues Bike. Das habe ich vor ein paar Tagen von Giant bekommen. Das ist das nagelneue E-Bike. Rain E. Ich weiß gerade den Namen nicht genau. Jedenfalls nagelneues E-Bike. Ich bin bisher noch ganz kurz gefahren. Leider habe ich jetzt da vor dem Giant noch hier... Leider habe ich jetzt gerade hier versucht zu putzen. Habe es leider nur verschmiert. Sonst hätte man das noch ein bisschen besser gesehen. Hier ist auf jeden Fall mein neues Bike. Das Giant. Den Namen blende ich euch einfach ein, wie es heißt. Und ich habe mich dazu entschlossen, mit einem guten Fahrradfahrer mal loszuziehen, weil ich alleine kann vielleicht gut unterhalten. Aber das war es dann wieder auch, was ich kann. Die Maske ist nicht gewaschen, Alter. Die riecht wie dreimal Hund. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir fahren auf jeden Fall ein bisschen rum, testen heute das Ding mal auf personieren. Und der Joshua, der bringt ein bisschen Spice ins Video. Bringt ein bisschen Spice ins Video. Für alle, die ihn nicht kennen. Joshua Matthijs. Joshua Matthijs. Kann ich auch nochmal einblenden. Ja, es gibt schon diverse Videos. Ein, zwei... Ne, doch. Ja, zwei habe ich nicht hochgeladen heute. Kann ich noch machen. Aber jetzt ziehen wir einfach mal, bevor ich jetzt wieder anfange zu labern. Ich habe jetzt vorgenommen, wieder ein bisschen aktiver zu werden. Ein bisschen einfach mal wieder... Ja, ich habe jetzt ja schon einen Flock hochgeladen. Jetzt lassen wir die Line nicht abreißen. Genug gelabert. Jetzt wird gefahren. Viel Spaß beim Video. Und noch ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ihr habt sicher schon die neue Jogginghose gesehen. passend zum Night-Lovin-Breaker. Das ist mein heutiges Outfit. Die wird heute dreckig gemacht. Enjoy! Und was ich jetzt noch sagen will. Ganz wichtig. Ich habe hier Knie schoner drunter. Ihr wisst, wenn man sich am sichersten fühlt, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann passieren die Sachen. So war es bei mir auch. Deswegen heute Knie schoner unter den Dingern. Rückenpanzer habe ich auch an. Und dann würde ich sagen, starten wir mal den Apparat. Aber bevor jetzt hier 90% wieder abschalten, weil wir jetzt schon wieder drei Minuten am reden sind. Fahren wir jetzt los zum fünften Mal. Ich habe Bock und bin bereit. Ich habe ja Angst, dass die Dornen mir gleich ein Loch in den Reifen machen. Deswegen mache ich mal lieber hier langsam. Dann groov dich mal ein. Da war ein Senior auf dem E-Roller. Ja, wie es aussieht, geht es erstmal ein bisschen bergauf. Ja, eher da. Ja Leute, ich muss dazu sagen, wir wissen nicht, wo wir rumfahren. Das wird jetzt eine komplette Überraschung, was heute bei rauskommt. Und ich versuche jetzt auch wirklich nicht durchgehend zu labern, weil sonst wird dieses Video 45 Minuten lang. Ja, das Rad ist so neu. Meine Bremsen sind noch nicht mal eingebremst. Ja, und an die neuen Zuschauer, die mich nicht so aktiv verfolgen, die jetzt hier vielleicht sogar das erste Video von mir sehen. Ihr müsst wissen, ich habe mich vor fünf Monaten, glaube ich, letzten Sommer, habe ich mich richtig, richtig schwer verletzt. Ich habe mir die Kniescheibe zerfetzt. Das war mehr Staub wie Knochen. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich zwar wieder laufen kann, aber Fahrradfahren ist noch ziemlich schwierig, weil die Belastung kann ich einfach noch nicht aufbringen wie hier. Und beim Fahrrad ist es ja so, dass man eigentlich eher 50-50. Beim Motorrad, da kann ich noch cheaten. Also ich fahre schon wieder sehr aktiv Motorrad, muss ich dazu sagen. Da fahre ich aber auch sehr viel auf diesem Bein, auf dem Linken. Ja, und dieses E-Bike. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie passend dieses E-Bike jetzt gerade zu mir gefunden hat. Es ist so unglaublich, wie perfekt das gerade reinpasst. Mit dieser Verletzung ermöglicht es mir, aber das hier, was wir gerade machen, das hätte ich mit einem Fahrrad ohne Motor. Da hätte ich ab nur von träumen können. Und jetzt sitze ich hier auf dem Bike und fahre den Berg hoch gerade entspannt. Leute, ich hoffe, er spürt meine Freude. Der da vorne, der ist eher am Schnaufen hier, dass ich mich freuen kann. Aber ich hoffe, er spürt meine Freude, wie sehr ich mich freue, einfach mal wieder Fahrrad fahren zu können. Geht's noch? Kein. Jetzt gucken wir mal, was der E-Motor kann im Wheelie. Ich muss mich mittlerweile, ich muss sogar aus dem linken Bein, muss ich sogar den Wheelie hochziehen. Probiert das mal an alle, die mit dem Fahrrad Wheelie können. Das ist, als würde er anfangen, Fahrrad zu fahren. Ja, jetzt muss ich den Automatikmodus kurz auf manuell umstellen. So, jetzt volle Unterstützung. Gang runter. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Zieh, zieh, zieh. Und das war's. Ja, Leute, so sieht ein Gesicht aus, wenn man keinen Motor hat am Fahrrad. Aber er wollte ja trainieren. Das hat er vorhin zu mir gemeint. Er wollte ja beide trainieren. Joshua, Matthijs, still on the grind. Ich hab's schon wieder falsch gesagt. Ja, komm mal. Wir haben jetzt gute 100 Höhenmeter schon gemacht in der kurzen Zeit. Also ich wäre mit meinem Rad nicht mitgekommen, auch nicht mit funktionierendem Knie. Das sage ich dir ehrlich. Ich habe echt Angst, dass dieses Video ein bisschen langweilig wird am Anfang. Ich bin nur am Labern. Nur am Labern, Alter. Ich schneide es dann ganz schnell zusammen. So, hier sind wir angekommen an unserem Ziel. Ein Turm. Also ich muss wirklich sagen, ich bin vielleicht gerade mal leicht angewärmt. Aber ich glaube, Joshua hat schon 25% seiner Batterie aufgebraucht. Aber jetzt geht's ja zum Glück nur noch bergab. So, danke an jeden, der jetzt noch dabei ist. Ja, komm, lass Pause machen. Ja, kurz was trinken. Und ich habe da auch schon eine Idee, was ich mir jetzt reinzischen tue. Leute, das gibt es jetzt erstmal ganz exklusiv. Sprudel lecker. Ja, der Joshua ist eigentlich ein Trialfahrer. Alle die ihn nicht kennen. Alter, der war krank. Mach dir, mach dir die Felge nicht kaputt. Wo es los ging. So jetzt. Alter, Junge. Der Spaß geht weiter. Beziehungsweise wir hatten auch eben Spaß. Ja, und hier einfach, ey Leute, diese Bremsen. Ich hoffe, das kommt rüber. Aber die sind so riesig und die glänzen so heftig. Das ist so ein schönes Fahrrad. Frag den mal, wo es lang geht. Frag den mal, wo es lang geht. Ihr kennt den auch noch. Das kann ich dir auch sagen. Ja? Ja? Gut, danke. Super, danke. Fährst du auch? Ja, sehr gut. Ich bin nämlich nett, wo geile Filze sind. Ja, ich bin okay. Also, okay. Ist es schlimm mit deinem Gesicht, wenn man es irgendwo sieht? Nee, passt. Gut. Na ja, komm, perfekt. Ich kenne den Joshua von manchmal Trippstadt, wo wir uns gesehen haben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Gibt es da auch noch ein paar Schanzen irgendwo? Ja, gibt es auch noch. Also, es gibt nur einen kompletten Trail, der nur aus Sprünnen besteht. Da nimmst du dann die GoPro einfach dran. Das fahr ich nicht. Das fahr ich nicht. Das ist mein erstes Mal gerade hier auf dem Bike. Also, wenn du Bock hast, fahr einfach vor. Ja, gerne. Wir sind gerade mitten im Video. So, keine Ahnung, irgendwas halt aufnehmen. So, einfach spontan was kommt. Geil. Das ist komplett random. Ich hab gesehen, dass hier heute Kassel fahren geht. Dann hab ich mir so gedacht, wenn ich euch mit hier treffe. Ja, ich hatte irgendwie Bock. Einfach, ich hatte Bock, es einfach dem Zufall zu überlassen. Er wusste zwar, wo geile Trails sind bei ihm. Aber ich dachte so, wenn wir jetzt einfach so losfahren und einfach gucken, was passiert, dann kommt genau sowas bei raus. Ja, du einfach vor am besten. Du kennst es ja. Nee, eher dann. Vor einfach. Aber mach nicht so schnell. Junge. Junge, mach langsam. Alter, was ist das? Muss man da jetzt stehen oder dann sitzen? Junge, das geht voll aufs Knie. Alter, was? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Junge, langsam. Ey. Also, damit hab ich jetzt grad nicht gerechnet. Alter. Da ist doch der Spice, den wir wollten. A little Spice. Alter, da will sie nicht. In was für einem Gang fahrt ihr? Ich hab grad so eine Tanne ins Auge gekriegt. Alter, ich hab grad so eine Tanne ins Auge gekriegt. Ich hab grad so eine Tanne ins Auge gekriegt. Alter. Alter, was ist das? Ich glaub ich benenne den Titel um. Ein Profi Mountainbiker trifft Amateur. Alter Junge. Alter, das Fahrwerk wird so heftig grad getestet. Du hast einen Crash erwartet oder warum gehst du? Ja. Das war gut von der Technik. Geil. Zieh sie, zieh sie. Zieh dein Ding, komm. Zieh dein Ding. Das ist der Sprung? Ja. Oh geil, den kann man richtig nice filmen. Boah, Alter. Ja. 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 Ja, das ist jetzt ein bisschen enger. Ja, chillig. fahr einfach so jetzt kommt Wurzelfeld E-Bike Power geil geil ab da unterstützt es leider nicht mehr so Leute, jetzt fahr ich mal voraus und zeig den Jungs mal wie das geht mach Ansage Ansage jetzt fahr wir mal die Pussyline so 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 was sagst du dem Rad? richtig geil ja er ist gerade Probe gefahren ein Fan ein Fan oh ist das gerade los ist das gerade los geschossen so 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 und für den gewissen Spice leihe ich jetzt dem lieben Joshua mein E-Bike dass er es mal testen kann dass man das Ding auch mal richtig in action sieht weil ich muss jetzt hier heute nichts riskieren an meinem ersten Tag ich will jetzt nicht gleich das Ding kaputt machen hier lieber Joshua so ich übergebe dir mein Reign E-Bike Sagen du sagen wir sagen wir sagen wir sagen wir sagen wir haben wir hier unten ja aber aber ist kein so krasser Unterschied oder ne 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 ne